Moin Leute, ich hätte gerne mal gewusst, wie euch dieses Format gefällt. Also ich habe hier einfach ein Video, also ein paar Fotos zu einem Video hinzugefügt mit ein paar Texten und hin und wieder ein paar Effekten, Stickers, sowas. Bitte seid mir nicht böse, wenn da nicht 3-2-1 los, sondern nur 2-1 los ist. Ich muss das alles einzeln screenshoten auf meinem Handy, deswegen der schwarze Strich da unten. Rest in Peace an der Stelle. Also, rip again an Lumpuka oder so ehrlich. Ja, also ich wollte nur mal wissen, wie euch das gefällt. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Schreibt mir auch, falls ihr da drinnen seid, falls ihr StumbleGuys spielt. Zum Schluss noch, was ist ein Hammer? Also wisst ihr, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Ok, weiter geht's. Das ist einerão Einw Klein. Bis zum Schluss.